Willkommen Freunde zu Portal, wenn man sich das mal anguckt, ich spiele das Spiel seit 72 Minuten und ich bin jetzt gerade immer noch bei den Tutorials quasi, aber zu dem Zeitpunkt angekommen, wo ich wirklich keine Ahnung habe, wie ich weiterkomme und ich nehme jetzt so lange auf, bis ich dieses Level schaffe. Ähm, wer Portal nicht kennt, der sollte sich in den Grundenboden schämen, ne ich kann's bis gestern auch nicht. Wenn ich die linke Maustaste drücke, dann kann ich hier ein Portal machen und wenn ich dann hier die rechte Maustaste drücke, dann kann ich noch ein Portal machen und wenn ich jetzt hier durchgehe, dann sieht man, hier zum Beispiel sieht man mal eine Waffe oder ein besseres Beispiel, zack, so, dann kann ich hier, hui, so und ich kann hier, ich muss in diesen Raum hier rein und noch ein paar andere Sachen machen, aber ich komme da nicht rüber, ich muss über diese Wand hier und ich kann hier kein Portal setzen und auf diesen Dingern hier auch nicht und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da durch dahin muss. Ich weiß noch nicht wie. Ähm, ja, hier ist noch so ein Extraraum, der mich ziemlich verwirrt, der aber bestimmt auch irgendwas damit zu tun hat. Ähm, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Wirklich nicht. So weit komme ich schon mal. Ähm. Oh, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Oh. Weil ich das Bild hier auch gerade kurz gesehen habe. Während ich da runter springe mit Schwung und hier hinkomme, mache ich das Blaue, das dieses Portal nochmal und dann kriege ich ja mehr Schwung. Ey, dann ist das ja, also hier hilft mir echt, Leute. So, rechte Maustaste. Ah, verdammt. Aber ihr wisst doch, was ich meine, oder? Im Ansatz ist das doch schon klug. Ich glaube, das ist so richtig. Verdammt. Ich muss das, glaube ich, früher machen. Ich habe da echt so lange drüber nachgegrübelt. Ja! Ich freue mich gerade so ein Astab. Aber es geht ja noch weiter. Ich habe da bestimmt 20 Minuten dran hier rumgesessen. Oh mein Gott. Okay. Also hier geht es runter. Und wir müssen das Ding hier aktivieren. Und wir kommen da nicht... Ah! Also, unsere Aufgabe ist, dieses leuchtende Ding hier da hinzupacken. Ja, das heißt also, wieder so machen. Also so. Ähm, naja, fast. So. 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 So, wir sind schon mal drüben. So. So. Funktioniert das? Ähm. Das hatte ich jetzt zum Beispiel nicht vor. Ähm. Können wir vielleicht... Ja. Ich bin verwirrt. Also es geht hier durch. Denn da lang. Und... So funktioniert es nicht. Ähm. So vielleicht. Vielleicht. Geht es da rein. Nein, das ist zu weit. Ähm. Dann so. Vielleicht kann ich den Winkel ja so anpassen. Oh. Knapp. Das kann ja nicht die beiden Fälle hier so machen. Ähm. Ähm. Alles klar. Na, ich merke es schon selbst. Das wird nichts. So. Tau. Nee, das wird nichts. Das verwirrt mich nur. Das geht ja nicht. Wie komme ich denn hier wieder raus? Naja. Das... Die Frage stelle ich mir später. Ähm. Geht das jetzt ewig so weiter? Nee. Es geht nur einmal. Da, da. Da, da, da. Alles klar. Wenn ich von diesen Dingen getroffen wäre, bin ich übrigens tot. Aber... Ich bin saumäßig verwirrt. Ich glaube, mir mal einen kleinen Spaß. Nee. Ach, Leute. Hm. Hm. Grübel, grübel. Die Dinger kann ich wahrscheinlich nicht drehen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das war sowas von meiner Absicht. Aber total. Aber total. Hey. Hui. Haha. Ah, es geht weiter. Also, das war... Bitte? Das war jetzt aber sowas von Können und kein Zufall. Ich weiß nicht, ich gehe das Ding da rein? Ja. Ah. Hä? Ah, ach so. Ah, jetzt weiß ich, was du von mir willst. Komm doch. Hey. Nein. Ah. Wie geil. Oha, ist das stressig. Ist das stressig. Aber... Ich hoffe, ich habe genug Zeit. Hey. 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 Wo muss ich jetzt lang? Da. Ne, gar nicht. Da lang. Meine Austausch, Leute. Oh. Alter. Wenn ich sterbe, dann bin ich... Alter, alter, alter. Oh, ich muss die ganze Zeit von vorne machen. Okay. Weiter geht's. Uh. Ja, das... Das catch... Das catch ich mir schon mal. Irgendwo muss dieses Energie-Ding hin. Das sieht ja witzig aus. Hä? Ah. Ah, okay. Ja. Ne, das ist... Das will ich auch nicht. Irgendwas machen, wo es nicht stört. Hey. Mist. Ich glaube, ich weiß, was hier ist. Ich muss hier durch. Dann nochmal. Und dann nach rüber. Aber das Ding kann mich töten. Okay. Bäh. Ich dachte, ich muss von vorne anfangen. Oh, ja, John. Okay, mal weg, ey. So, okay. So, wir sind zu lange. Okay, also. Ja, wenn das so ist, dann... Oh, ja, ich glaube, der Plan ist schon... Ist schon ganz okay. Den Fahrstuhl aufmachen und... Wer baut denn sowas? Wer baut denn sowas? Ups, das war nicht der Plan. Hey! Manometer. So. Ähm, also, zack. Ist das denn überhaupt möglich, so zum Fahrstuhlzug gelangen? Nein. Hm, ich probiere mal so ein bisschen aus. Autsch. Ich probiere mal, ob da überhaupt hinzukommen. Nein, das wollte ich nicht. Ach, bitte nicht, bitte nicht. Oh, ich dachte schon, ich muss hier auf den Feuer anfangen, weil ich zurückgesetzt wurde. Mano! Also, ich denke mal, ich muss auf jeden Fall dieses Ding hier erstmal neutralisieren. Für einen Moment zumindest. So. Dusch. Dusch. Okay, jetzt hat es genug zu tun. Geht es irgendwann kaputt? Doin, doin. Nein. Alles klar. So. Der Fahrstuhl könnte ruhig schneller sein, oder? So, jetzt bin ich hier drinnen. Drück den Fahrstuhl-Taste. Mach ich so. Dann mach ich so. Komm, 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 go, 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 go. Go, go, go. Lass mich. Woohoo! Mann! Fahr mich nach oben. Ach, du rückst mich auf. Du rückst mich auf. Zerstören Sie keine Test-Alarade. Doch. Ist das deprimierend. Wie lange spiele ich jetzt? Lange. Das ist nur ein Level. Aber ich werde nicht aufgeben. Einfach aus Frust. Das war jetzt mal mega dumm. Ich bin doch gerade voll gegen den Fahrstuhl geklatscht, oder? Wo ist er hin? Kann mir auch egal sein, oder? Duf, 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 duf. Hört ihr das auch? Glaub schon. Oh, ich bin ja richtig am Zerzweifeln, ey. Woohoo! Da, 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 da. Alter, ist das gefährlich. Ich weiß ganz genau, was ich hier tue. Autsch. Oh, Mann. So, dann noch ein Versuch. Ich, ich muss es doch irgendwie. Autsch. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich hier sterbe. Was hat es damit denn überhaupt auf sich? Das, das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Oh. Ich muss da gar nicht rein. Oh, bin ich dumm? Bin ich dumm? Ich muss dieses Ding hier, da reinpacken. Reicht die Zeit aus? Das sind, sind die Dinge auch so langsam. Wissen Sie, dass Sie die Mädchen selbstwertfroh von Amateur Science 1 oder alle ihre Organe spenden können? Ganz echt. Oh, Junge. Alter. Ich, da, habe ich mich jetzt auch dumm. Ja. Ja. Ich habe gewonnen. Und damit war es das mal ganz kurz mit einer kleinen Folge von Portal. Und ich glaube, das Spiel kommt ein bisschen öfter. Mir gefällt das ziemlich. Und es ist keine Worte dafür. Na ja, bis zur nächsten Folge von Portal.